Sie sind hier, 23. November 2018, 15.22 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Manager Horst Held will neue Regeln bei Länderspielabstellungen Urheberrecht Getty Images Manager Horst Held von Hannover 96 beklagt den langfristigen Ausfall von Ilas Bebu, der von einer Länderspielreise verletzt zurückkam. Held fordert Konsequenzen Manager Horst Held vom Bundesligisten Hannover 96 hat Mindeststandards für Nationalmannschaftsabstellungen gefordert, was da teilweise abläuft, ist nicht mehr zu ertragen, sagte der 48-Jährige am Freitag. Ausgelöst hat den Vorstoß die aktuelle Situation um 96 Profi Ilas Bebu. Der 24-Jährige zog sich beim Training mit dem togolesischen A-Team eine schwere Sehnenverletzung zu, auf einem Kunstrasenplatz bei hochsommerlichen Temperaturen. Bebu wird den Niedersachsen möglicherweise bis zur Winterpause nicht mehr zur Verfügung stehen. Held, da sind jetzt die FB und FIFA gefordert, für klare Verhältnisse zu sorgen. Jetzt die Sport1-App herunterladen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020